Herzlich Willkommen hier auf dem YouTube-Channel vom Pogipsi Network, heute wieder mit einem Review für ein Gadgetplaza.ch Blog. Es geht um eine Tastatur und um eine Maus. Genauer gesagt ist es die Microsoft Designer Bluetooth Desktop Edition. Das Ganze ist sehr, sehr schlank und schlicht gehalten, aber das schauen wir uns doch ganz schnell an. Und für all diejenigen, die das Ganze toll finden, die das Produkt auch möchten, haben. Es gibt einen kleinen Wettbewerb, superdeutsch wieder mal. Ich darf die Tastatur und die Maus noch zusätzlich verlosen. Wie das Ganze funktioniert, unten in der Beschreibungsbox findet ihr den ganzen Vorgang und natürlich auch den Link, wo ihr das kaufen könnt, wenn ihr nicht so lange warten möchtet und natürlich auch zu meinem Review auf www.gadgetplaza.ch. Machen wir auf, hier seht ihr gerade. Übrigens speziell vielleicht hier in diesem Fall, das ist die Swiss Edition, heisst es ist die 105 Tasten, Layout, PC und Mac kompatibel, wie das Ganze immer so gehalten ist bei Microsoft. Und dann schauen wir uns doch die Tastatur ganz kurz an. Hier, sehr, sehr dünn, wie ihr jetzt auf dieser Seite sehen könnt, oder wahrscheinlich besser so. Sehr schlicht und sehr schön dünn gehalten. Ich als Fan von dünnen Tastaturen, wie die von Apple zum Beispiel, ist das natürlich genial. Aber Tastatur schauen wir uns gerade noch an. Was noch drin ist, ist eine Maus. Auch hier schlicht, einfach und dünn gehalten. Es sind vier AAA-Batterien mit drin. Zwei für die Maus, zwei für die Tastatur und noch ein bisschen Papier, Warranties, Beigemüse, Kurzbedienungsanleitung, was halt so alles dazu gehört. Schauen wir uns die Tastatur selber an. Das sogenannte Soft-Touch-Tastaturen, heisst es, schreibt sich sehr, sehr gut, sehr einfach. Das Klickverhalten ist sehr angenehm und es lässt sich damit auch relativ schnell schreiben. Wie immer bei neuen Tastaturen ist das natürlich eine Gewohnheit. Ich für meinen Fall schreibe seit Jahren mit dieser Tastatur, wie ihr gleich sehen könnt, ohne Zahlenblock. Das ist das, was mir teilweise fehlt, hier an dieser Stelle. Die habt ihr hier mit drin. Alles schön, auch die ganzen Nummern und was man so bei Windows vor allem noch gut gebrauchen kann. Page Up, Page Down, End und so weiter. Und es gibt natürlich auch Funktionstasten. Leiser, lauter, Mute, Play, Pause, Vorwärts, Zurück, Helligkeitsstufen, Print Screen, Screen Lock, Pause, etc. Und die seit Windows 8 bekannten Tastaturen, wie die Suchmaske, die ihr aufplanen könnt, die Teilgeschichte, Monitor und die Einstellungstaste. Einzelne, wie eben gerade die letztgenannten, funktionieren natürlich auf dem OS X nicht. Aber sonst funktioniert so ziemlich alles auf dem OS X, wie man es gewohnt ist. Die Verarbeitungsqualität ist für Microsoft, wie generell bei Microsoft Produkten oder bei Mäusen und Tastaturen von Microsoft, sehr hoch und sehr angenehm. Unten ist hier so ein Silikonstreifen, der das Ganze beim Rutschen hindert. Und hier, wie ihr sehen könnt, ist eine leichte Erhöhung, damit die Tastatur schräg steht. Vom Winkel her könnt ihr das in etwa euch vorstellen. Gleich hoch oder gleicher steiler Winkel wie bei der Apple Tastatur für all diejenigen, die die kennen, die wissen das oder wissen das zu schätzen. Alles andere ist wie immer eine Gewohnheitssache. Wie ihr hier sehen könnt, ist dieser Balken leicht unterteilt. Hier kommt die Batterie rein und das Coole daran, ihr könnt es wegschieben oder wegziehen. Hier drin ist ein leichter Akku verbaut. Man sieht sicherlich hier, wenn ich es loslasse, ploppt das gleich auf. Darunter kommen die zwei AAA Batterien mit rein und sind schön versorgt. Das hält auch gut, also es rutscht nichts und so weiter. Für das Verknüpfen ist hier der Bluetooth-Knopf und schon könnt ihr das mit eurem Rechner, mit eurem Ultrabook oder mit was auch immer verbinden. Vom gleichen Prinzip, und das begeistert mich sehr, ist wie gesagt dieses Magnetsystem. Auch bei der Maus, hier seht ihr schön die Maus selber, rechter und linker Tasten. Ein bisschen ungewohnt für mich, da ich schon seit Jahren mit Trackpads, sei das von Apple oder Logitech oder auch das von Microsoft arbeite. Auch bei der Mighty Maus von Apple ist natürlich alles touchbasiert. Hier aber das Rädchen ist sehr, sehr präzise. Das heisst, wenn ihr mal scrollen müsst und wollt und tut, das Ganze funktioniert sehr, sehr zuverlässig. Einfach, wie gesagt, eine Gewohnheitssache, wieder eine Umstellung. Hier unten auch wieder zum Verknüpfen die Taste, Bluetooth-Knüpfung aufbauen und die Batterie wechseln. Ihr könnt ja nichts wegschieben oder sonst, wie es bei anderen Mäusen angedacht ist. Einfach hier, wo dieses Leichte hervorsteht, leicht draufdrücken und ich zeige es mal von der Seite. Dann klappt es sich hoch und dann lässt sich der Deckel wegnehmen. Also auch hier ist wieder mit Magnet oder wurde wieder mit Magnet gearbeitet. Wie ihr sehen könnt, kurz draufhalten und schon geht es wieder drauf. Hier auch zwei AA-Batterien, die ihr verbauen könnt. Wie gesagt, die liegen dem ganzen Paket bei. Und das ist auch schon die Tassatur und die Maus. Genau gesagt, das Designer-Bluetooth-Desktop von Microsoft. Eine schöne, schlichte Geschichte, sei es für euren Arbeitsplatz, für temporär, wenn ihr das mitnehmt, irgendwie in eurer Laptop-Taste. Wie gesagt, schön schlank und dünn gehalten. Angenehmes Schreiben, auch der Druckpunkt. Alles natürlich eine Gewohnheitssache, aber ich würde nicht mehr auf höheren Tassaturen arbeiten wollen, weil ich mich das doch über die letzten Jahre hiermit angewohnt habe und sehr zufrieden bin damit. Wie gesagt, der Wettbewerb und der Link zum Testbericht findet ihr wie immer unten in der Infobox www.gadgetplaza.ch. Das ist der Dreh- und Angelpunkt für all die Gadget-Reviews im Pogipsi Network. In diesem Sinne, besten Dank auch für Daumen hoch, fürs Abonnieren und was halt so alles dazugehört bei diesem YouTube. Euer Pogipsi für Gadgetplaza.ch. Tschüss!